moin moin nachdem es jetzt vorhin ein bisschen geregnet hat ein bisschen stark kommt jetzt langsam die Sonne raus ein bisschen blau in der Hammer ich hoffe mal das wird noch ein bisschen mehr hier steht noch meine Sonne und wir haben jetzt gerade kurz noch neun und so wie es jetzt aussieht werden wir uns nachher auf den Weg zum Blusen machen 1300 Kilometer hoch mal gucken davon werdet ihr nachher noch ein bisschen was sehen sehr gut ist gerade der Nebel da hinten ich bin jetzt gerade mit einer Handykamera ja wie der Nebel aufsteigt das schmeckt also wir sehen uns dann nachher wieder mit Bildern von Blusen und bis dahin Ciao 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 Wir befinden uns auf dem Weg zum Losen Wow Lauter Viechzeugs hier Durch das als es geregnet hat, fliegt hier alles mögliche rum und freier weg ist ja auch nicht wirklich ist ein bisschen viel gras auf dem weg aber das kühlt so ein bisschen die beine ab Ja Vorne stand auf dem schild insgesamt drei stunden laufen Wir sind so um 10.15 Uhr losgelaufen Das heißt eine halbe stunde unterwegs Ja bewegt sich gar nichts Wäre cool den luchs oder sowas zu sehen Aber ich glaube das wird auch nichts Ein luchs wäre sehr cool Die gibt es ja hier in freier Wegbahn Guck mal da kommt das nächste Schild, das finde ich schon mal cool Gestern sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen und dann kam kein Schild mehr und dann wusste man gar nicht wie lange wir noch brauchen Es war etwas nervtötend Weil du dann einfach nur läufst und keine Motivation mehr hast Und hier gibt es ein Schild Aber auch nur ein Schild ohne ohne Zeitangabe Wir machen jetzt mal ein paar Kilometer und laufen Gestern waren sie übrigens über 15 Kilometer glaube ich Unsere Beine sind schlapp Aber wir laufen Bis zum späteren Zeitpunkt Bis zum späteren Zeitpunkt 87 Auch äh t Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.